Herzlich Willkommen bei How about your Mobot. Follower von mir wissen, dass ich mich mit der Restaurierung von SimSons beschäftige und viele detailgetreue Videos schon online gestellt habe, in dem alle Schritte für eine Restaurierung erklärt sind. In diesem Video werden wir jetzt einen SimSons Rahmen komplett wieder zusammensetzen. Diesen Rahmen habe ich in einem früheren Video schon mal von einer rostigen Achse befreit. Nico hat den Rahmen jetzt Puffe beschichten lassen, alle Teile sind vorhanden und wir bauen das Moped jetzt wieder komplett neu auf, damit wir das in einen fahrbereiten Zustand zurückversetzen. In der ersten Videoserie bauen wir erstmal den Rahmen komplett zusammen mit allen Rädern und Telekabel, damit wir ein fahrbares Beugestell erhalten und später komplettieren wir das noch. Sieht dann im Endeffekt heute so aus. Sowohl. Also viel Spaß dabei. Und dann fangen wir einfach mal los. Genau. Was sind jetzt die Kamera hier? Die läuft dann doch mit, die man schon noch Zeit drauf auf Das ist überhaupt noch ein Wartnerlitz. Oh, das muss man sich gar nicht stellen, oder? Das muss man sich gar nicht stellen, oder? Das ist gut, oder? Die weiß ich nicht, das muss man sich gar nicht stellen. Das muss ich auch machen. Das muss ich auch machen. Hä? Ach, Alter. Hier ist die Zeit, die ich würde hier verziehen. Die Motorlagen wäre quasi eigentlich super. Das ist einfach nur so, nein. Hast du das Settler? Das ist das Settler, oder? Sehr gut. Meine Arbeit gerade noch auf der Suche, oder? Das war schön. Mal gucken. Die Kamera nicht tut. Die Kamera nicht tut. Das wird alles ausgeschnitten. Das wird alles ausgeschnitten. Wir beginnen also mit der Motorlagen. Das ist hier ja gar nicht telephone. Das ist das Wartner Film. Das ist ausgeschnitten. Das ist das Wartner Film. Auch die Kamera nicht tut. Das ist das Wartner Film. Das ist das Wartner Film. Das ist das Wartner Film. Das ist die Kamera währenddaten. Das ist die Kamera. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020